Ich bin überzeugt, eines seiner Vorbilder, der Bränke ist auch ein guter Zeitfahrer und dort steht der einzigartige BFH-Weltmeister, Olympia Sieben, Klassik-Champion, unser Spartanus Fabian Pacella. Ich bin überzeugt, dass er in der Sonderdeko besser gefahren ist, darum halten wir dieses Deko-Fargebiet von Chumpo, das Deko-Resträngte-Brecke-Fargebiet von Söhn mit Pirol, zwei Minuten bis zum Tag, der im Interesträngte-Fargebiet von Berlin und Government, Türennets to Go!